So, wir haben immer noch Samstag N23, wir sind immer noch in Österreich. So, wir sind noch mal nach... Vielleicht macht die Dame einfach mal ein Zoom auf die Beine. Momentan die Form. Jetzt wird das natürlich nur noch auf die Bühne bringen. Es dauert noch ein paar Stunden, bis es soweit ist. Aber das sind echt coole Dinge, dass das alles wunderbar funktioniert. Und dann gucken wir mal, wie die Konkurrenz ist, wo wir stehen, was wir leisten können. Noch eine halbe Stunde. Dann werden wir abgeholt. Einen guten Freund von uns, Markus, der im Frühjahr mitgemacht hat. So für Erfolg. Also... Bis... Später. ... ... ... ...